Hallo Freunde, heute ist die Glatze, Glatze, äh, Glatzebrock, dann, schau mal rein, ist doch interessant, ne? Wir haben 108 Felder, haben zwei Autos, ja? Ja? Schauen wir mal rum. Was ist denn hier passiert, ne? Äh, jetzt haben sie einen Park. Geil! Geil! Wir haben einen Park gefunden! Gut, weiter! Wir haben den Bock! Aber hier sollte doch ein Scharf sein, ne? Was ist denn hier das Scharf? Hm. Ablade-Stelle. Okay. Interessant. Hm. Und dann wollen wir mal die Tore selber aufmachen. Das ist einfach noch, äh, Frau abgürtig. Das ist echt noch fahrgürtig sowas. Was? Das ist die BKA. Ich hab' ja fast gefühlt, irgendwie kommt mir diese Mapel kaum vor, glaub ich. Aber... Ich hab' ja fast gefühlt, aber... Was ist die? Was ist die BKA? Ich bin der BKA? Ich bin der BKA? komm nicht raus ja kann mir ganz raus irgendwie hm sägerei sägerei ok ich will schabler fahren 2 3 hm ja 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 das noch taucht stelle oh gott war die letzte besser kann doch näher uns hin ok 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 da fällt noch was da steht was in die luft upgrade 2.0 haben den job schon oh oh so schön ist nur leider ein modell aber schon sehr gut gemacht hier eigentlich wer kennt sie nicht die guten alten kaugummi an den maten für 10 cent für 50 cent und für 20 cent wer kennt sie nicht und die idee sind gut die pferde koppel gehabt hier haben wir sehen ich habe sie gesagt über sie ich habe sie gesagt über sie die alles lagern und danach abgeben war mit dem album hier mal spiel interessant Auf Kältsung! Wee! Du musst Scheinsegen auch einbauen. Das ist viel größer als mit solchen Unterführungen beispielsweise. Das ist viel größer. Navasolz. Ja, ich kann mir haben, ich glaube, Leute, was meint ihr? Wir haben, glaube ich, das Wichtigste gesehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen fetten Daumen nach oben da. Wenn du noch kein Abonnent bist, bitte abonniere mich. Wenn du ein Abonnent bist, bitte aktiviere die Glocke, um nichts zu verpassen. Schreibt mir in die Kommentare, wie gesagt, wie ihr hier findet. Folgt mir bitte auf Twitter und Instagram. Das ist mein Titelbild über den Nominier-Button. Das ist auch mein Zwangeneufel-Link zu meinen A3P. Schaut doch dort mal vorbei. Und sonst schaut, was ich sonst für Videos gemacht habe. Und tschau, Leute!